Jungs vs Mädchen Thema Kochen Wenn die Mädchen kochen Oh man, heute koche ich was richtig leckeres Und zwar ein Hotschnitzel mit Regenbogensauce Mal sehen, habe ich alle Zutaten Ich brauche Eier, Milch, Kühlmittel, Farbe, ein Menschenbein am besten, ein linkes und Kaffeebohnen Oh verdammt, mir fehlt die Mädchen Jetzt muss ich nochmal einkaufen gehen So ein Mist Wenn die Jungs kochen So, heute probiere ich das neue Apfelsuppe-Rezept aus dem Internet aus Die Zutaten, die man braucht, sind etwas Wasser, drei kleine Äpfel und eine Autobatterie Perfekt, ich habe alles Ein paar Sekunden später Das ist die Rache für meine Kinder Jo Leute, solltet ihr schon mal mit mir reden oder einfach nur coole Leute kennenlernen Dann kommt auf jeden Fall auf meinen Discord-Server Denn diesen Freitag um 18 Uhr mache ich eine Rederunde, wo du mir Fragen stellen kannst Der Link zum Server ist in der Beschreibung oder in meiner TikTok-Bio und dann noch auf jeden Fall Six 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 Six